ja seine oma ist 27 das ist eine junge oma danke wo war vielen vielen dank super lieb leute checkt doch gerne mein instagram findet ihr in meiner biografie nein aktuell habe ich naturnägel ich habe mir meiner ich war sonst auch immer um meine fingernägel machen lassen und ich bin jetzt aber auf natur muss stehen danke weit folks i don't use social media ist auf tik tok genau alex so ist es danke löwenherz und nein ich bin nicht verheiratet ollie ja alles okay soweit bei dir chinchela ich weiß gar nicht was du meinst verstehe auch nicht so richtig was du schreibst schade schade was für eine überraschung was mit instagram hi nico hallöchen alles gut kein problem man kann sich auch mal vergucken das kann passieren okay genau ich dachte gerade jetzt kommt gewitter aber es geht gar nicht irgendjemand der mit seinem koffer her vorbei geht ja leute dann das ist schade nick ja ich bin spontan aber ich kenne dich ja gar nicht hallöchen ansu herzlich willkommen in meinem stream hallo user danke mohamed für die rosen dankeschön alex das wäre aktuell glaube ich finanzielle freiheit dass ich ganz viel geld hatte und dass man vielleicht nicht mehr arbeiten muss oder so und einfach sein leben genießen weil leider kann man sich heutzutage ja nur mit geld irgendwie ein bisschen seine freiheit erkaufen weil sonst musst du ja mal denken ich kann mir das nicht leisten ich kann mir das nicht leisten ist ja hoffentlich verständlich danke für die rose bratern und dann mit dem geld was ich hätte natürlich anderen was gutes tun und ein paar projekte umsetzen die ich noch vorhabe wo man auch geld rein investieren muss nick die sache ist ich antworte meistens nicht auf tiktok danke franz für die rosen danke danke ihr seid cute hallo renee hallo hallo danke rami wie geht es zur gewalt ganz gut nick also das geht mir ja alles zu schnell ehrlich gesagt äh danke freunde genau olli ich antworte ich antworte nirgendwo leute nicht auf tiktok nicht auf instagram ihr könnt mir gerne hier im stream schreiben thank you rami ich komme aus dem nordosten immer noch mein hund trinkt nicht wundern hallo hallo danke tony danke hello lamin glaube ich ich komme aus deutschland ich glaube das hört man ja dann auch am dialekt ne ob man dann in deutschland lebt oder österreich genau so ihr lieben ich werde jetzt langsam offline gehen folgt mir gerne hier auf tiktok und auch auf instagram weil ich muss jetzt ein bisschen was arbeiten ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag ich werde nachher sicherlich noch mal live kommen heute nachmittag denke ich und ähm ja mein hund trinkt immer so laut und ja folgt mir gerne hier wie gesagt und auf instagram ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und hoffentlich später tschüssi danke dass ihr da wart tschüssi 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 Vielen Dank.